Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht und nimmt sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Friedhjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker. Herzlich willkommen zur 71. Folge unseres Podcastes. Heute mit einem ganz brandaktuellen Thema. Und ich freue mich, Henry, du bist mit dabei. Du bist ja mein Island-Spezialist. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Hallo, danke schön, dass Sie da sind. Und ja, mit wem könnte ich besser drüber sprechen als mit dir, wenn es ums aktuelle Thema auf Island geht? Denn auf Island ist wieder, ja, es brodelt, es brodelt mehr als sonst. Es brodelt ja immer auf Island. Und ich freue mich, dass du uns einfach ein bisschen aufklärst. Was ist da los? Was ist da los? Also wir haben ja im Grunde ständige Aktivität in Island. Das ist ja ein Dauerpunkt. Wir haben ja die größte Vulkaninsel hier. Also auch die dichteste Ansammlung von Vulkanen auf der Welt. Und da hast du halt ständig, ja, vulkanische Aktivität in irgendeiner Form. Das kann sich in verschiedenen Formen ausprägen. Und wir haben einen Zyklus, der so ganz grob circa alle fünf Jahre einen Vulkanausbruch mit sich bringt. Und das ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile her, dass der letzte Ausbruch stattgefunden hat. Und da kann man inzwischen davon ausgehen, dass wieder was passiert. Wobei man da halt auch immer vorsichtig sein muss. Es gibt halt nicht so etwas wie einen überfälligen Vulkan. Das ist tatsächlich was, das gibt es so nicht. Die Natur richtet sich nicht nach unseren Zeitplänen oder unseren Definitionen, sondern... Gott sei Dank. In der Tat. Ein Vulkan ist dann eben halt fertig, wenn er soweit ist. Und wir haben jetzt eben gerade aktuell eine Steigerung von seismischer Aktivität, also sprich von Erdbeben, im Südwesten Islands auf der Reykjanes-Halbinsel. Und aufgrund der Erdbebenaktivität kann man eben davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit einen Vulkanausbruch geben wird. Es gibt so ein bisschen Parallelen zu 2010, oder? Ja, richtig. Also das ist was, was wir gerade jetzt von den Vulkanologen aus Island erfahren haben, dass die Parallelen tatsächlich sehr, sehr stark sind. Na 2010, Eyjafjallajökull-Ausbruch, wir erinnern uns... Ja, kannst du das nochmal sagen? Den Eyjafjallajökull, der hat ja 2010 für ein ganz schönes Verkehrschaos gesorgt. Wir erinnern uns, wir sind fast alle irgendwo gestrandet oder konnten irgendwo nicht weg oder weiter. Die Wolke. Die Wolke, genau. Und bevor diese Wolke stattgefunden hat, gab es eben eine Spalteneruption. Und das ist eine ganz schöne effusive Eruption. Also da tritt nur Lava aus, das sprudelt, da kommen Gase raus und so, aber eben halt keine Explosion. Und die hat stattgefunden auf dem Bergrücken zwischen Eyjafjallajökull und dem benachbarten Mirdasjökull, der ein bisschen größer ist, also sprich zwischen Eyjafjallajökull und Kattla. Und das ist der Berg, von dem der Skogafoss runterkommt. Und wenn man da oben raufklettert, dann kommt man eben zu den zwei Eruptionskraten an, Magni und Modi, die beiden, ich glaube, Söhne von Thor. Ich glaube irgendwie so. Und das war eben tatsächlich eine ganz schöne touristische Eruption. Da konnte man damals auch noch hochlaufen und mit Moskito hochfahren, bis das dann irgendwann zu gefährlich wurde. Aber das ist eine relativ harmlose Spalteneruption. Die Gase, die da austreten, sind alles andere als harmlos. Aber wir haben eben keinen explosiven Charakter. Und die Art und Weise, wie sich die Erdbeben, die Erdstöße, die Trimor davor entwickelt haben, die lassen eben jetzt gerade tatsächlich Parallelen feststellen in Reykjanes. Also wir können da eben sehen, dass es da eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung gibt. Und damit lassen sich die Vulkanologen eben tatsächlich darauf festlegen, dass wir eine Spalteneruption im Süden rund um den Fakradarspferd erwarten können. Was natürlich ein bisschen einfacher ist als Eyjafjall. Ja, also sprachlich, aber auch besser zu erreichen, weil das ja in der Nähe von Reykjavik ist, ne? Ja, das ist im Grunde zwischen, in diesem Dreieck zwischen Reykjavik, dem internationalen Flughafen in Keplavik und Grindavik. Und im Grunde, wenn man mit dem Bus oder mit dem Auto vom Flughafen nach Reykjavik fährt, dann kommt man eben halt in Sichtweite dran vorbei. Und das ist natürlich touristisch extrem spannend. Ja, gehen wir nochmal einen Schritt erstmal zurück für unsere Hörer. Warum ist denn überhaupt so sehr brodelt und warum? Also natürlich, wir haben eben über die Vulkane gesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Ursachen, wenn wir an die Platten denken, die ja auch damit so beitragen. Magst du das mal kurz erklären, warum es überhaupt so viel Aktivität gibt? Ja, Island ist natürlich weltweit ein Sonderfall. Wir haben hier einen ganz, ganz starken Vulkanismus, den es in dieser Form nirgendwo anders auf der Erde gibt. Wir sehen hier im Grunde, was sonst nur auf dem Ozeanboden zu beobachten wäre. Und das ist natürlich für Vulkanologen extrem spannend. Und warum ist das so? Hier kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen haben wir eben halt tatsächlich das sogenannte Plate Spreading, was wir sonst auf dem Ozeanboden haben. Das heißt, wir haben zwei tektonische Platten, die nordamerikanische und die eurasische Platte, die hier aufeinandertreffen, sich aber voneinander wegbewegen. Das heißt, die nordamerikanische Platte bewegt sich Richtung Nord-Nordwest und bewegt sich dabei mit einer Geschwindigkeit von ungefähr zwei Zentimetern pro Jahr. Das kann man natürlich so genau gar nicht messen. Also es ist nicht so, dass wir am 01.01.2020 hingegangen sind, mit dem Lineal gemessen haben und am 01.01.2021 sind es plötzlich zwei Zentimeter mehr. Sondern wir reden ja hier von der Erdkruste. Das ist ja ein relativ solides Material, was aber trotzdem eine Flexibilität mit sich bringt. Und das heißt, wir haben unter der Erdkruste haben wir Konvektionsströme, weil sich dort eben geschmolzenes Material, Gesteinsmaterial bewegt. Das ist so ein bisschen wie bei der Luft. Warme Luft und kalte Luft, schwerer, leichter, fängt an sich zu bewegen. Kalte Luft erwärmt sich, warme Luft kühlt sich ab und dadurch entstehen so Konvektionsströme. Und das Gleiche passiert im Grunde im Erdmantel, in einer anderen Form, aber das Prinzip ist im Grunde das Gleiche. Und auf diesen Konvektionsströmen bewegen sich die tektonischen Platten. Und wir haben eben hier tatsächlich eben diese Tendenz, dass sie sich auseinander bewegen, weil die aber miteinander verbunden sind als Erdkruste, entsteht halt ein unglaublicher Druck. Und irgendwann, so circa alle zehn Jahre, entlädt sich dieser Druck durch eine große Erdbebenserie. Und dann entstehen eben diese großen Risse, die wir zum Beispiel in Thingwitli sehen können, wo wir eben so richtig schön an der Plattengrenze runterwandern können. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum wir einen relativ aktiven Vulkanismus haben. Der andere, viel, viel wichtigere Punkt ist, dass wir unter Island direkt einen vulkanischen Hotspot haben. Also sprich, einen sogenannten Mantelplum. Und das ist so ein bisschen was wie so ein Expressfahrstuhl vom unteren Erdmantel, also von der Übergangszone zwischen dem äußeren Kern und dem unteren Mantel hoch bis zur Kruste. Und jetzt muss man sich das Ganze mal so ein bisschen die Erde wie so eine Zwiebel vorstellen. Wir leben auf der äußersten Zwiebelschicht, die Erdkruste, die so knapp am Grund der Ozeane fünf bis zehn Kilometer dick ist und auf den Kontinenten bis zu 50 Kilometer dick ist. Und je nachdem, nach welcher Definition man geht, nimmt man noch einen Teil der Lithosphäre dazu, dann spricht man von bis zu 70 Kilometern Dicke. Bei einem Erdradius von sechseinhalbtausend Kilometern ist das verschwindend gering. Also am Grunde so ein Blatt Papier um die Erde drumherum. Und auf diesem Blatt Papier leben wir und denken tatsächlich, dass das solides Material ist. Und innerhalb der Erde haben wir verschiedene Schichten. Wir haben eben geschmolzenes Gesteinsmaterial, die den Mantel bildet. Und dieses geschmolzene Gesteinsmaterial unterteilt sich dann auch noch nach oberen und unteren Mantel. Da gibt es eine unterschiedliche chemische Konsistenz. Und dann haben wir den Erdkern. Und der Erdkern hat eben einen soliden Zentralkern und einen flüssigen Außenkern. Und dieser flüssige Außenkern, der besteht aus flüssigem Metall, während der Erdkern, der feste, aus soliden Metall besteht. Und die Interaktion zwischen den beiden, die sorgt zum Beispiel für das Magnetfeld der Erde. Und an dieser Übergangszone zwischen diesem flüssigen Kern und der Mantelschicht, also das flüssige Gestein, da aus dieser Übergangsschicht kommt eben das Material, das durch geologische Hotspots gefördert wird. Das heißt, wir haben hier ein Stück weit einen anderen Vulkanismus als an vielen anderen Orten der Welt, weil wir eben hier eine ganz andere chemische Konsistenz des vulkanischen Materials haben. Und durch diesen Hotspot haben wir eben tatsächlich auch eine sehr viel höhere Aktivität. Und dieser Hotspot, der bewegt sich im Grunde nicht, aber die Platten obendrüber bewegen sich. Und wenn wir das Ganze jetzt mal 60 Millionen Jahre zurückdenken, dann war im Grunde die heutige Westküste Grönlands an der Stelle, wo heute Island ist. Deswegen haben wir eine sehr, sehr ähnliche, sehr, sehr ähnliche Gesteinsformation auf der Disco-Insel in der Disco-Bucht, wie wir sie in Island finden. Weil das im Grunde der gleiche Hotspot ist, das ganze Material, man fühlt sich so ein bisschen, wenn man auf die Disco-Insel kommt, man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in die Westförde Islands. Absolut. Und das geht auch tatsächlich einher. Wir haben auch diese Tafelberge obendrauf, abgeschraubt von den Gletschern. Aber tatsächlich, die chemische Konsistenz, chemische Komposition des Gesteins ist fast identisch und eben zurückzuführen auf den gleichen Hotspot. Und diese beiden Komponenten, die Plattentektonik und der Hotspot zusammen, die sorgen eben dafür, dass wir hier eine gesteigerte Aktivität haben. Eines der aktivsten Vulkangebiete der Welt. Also wir sprechen knapp alle fünf Jahre von einer Eruption. Wahnsinn, ne? Und wie misst man das? Also es wird ja jetzt schon immer fleißig wieder gemessen. Und ich weiß, dass du seit, ja, wann ging es los? Ursprünglich im Oktober, aber so richtig offiziell wurde es irgendwie Ende Februar, ne? Ging es dann? Genau, so ab dem 24. Februar sprechen wir von Beginn der aktuellen Schwarm-Serie. Wenn mehrere Erdbeben stattfinden, und das kontinuierlich, dann spricht man von einem Erdbebenschwarm. Und der findet jetzt tatsächlich sehr, sehr kontinuierlich seit 24. Februar statt. Wie wird das gemessen? Es gibt rund um Island zahlreiche Seismografen. Das sind im Grunde Messgeräte, die Erschütterungen der Erde aufzeichnen. Und die sind so sensibel, dass wenn zum Beispiel ein Stück vom Gletscher abbricht und in eine Gletschersparte fällt, kann man das auf diesem Seismografen erfassen. Und das hat zum Beispiel bei Cutler dazu geführt, dass es über Jahrzehnte Unregelmäßigkeiten gab bei der Aufzeichnung von seismischer Aktivität, die man sich lange nicht erklären konnte und dann festgestellt hat, dass zum Ende der Sommersaison, wenn die Gletscherschmelze am höchsten ist, tatsächlich relativ viele Gletscherbeben stattfinden, die aber eben nicht mit Erdbeben zu tun haben. Aber kommen wir jetzt zurück zu den Seismografen. Die können eben tatsächlich die Bewegung in der Erdkruste aufzeichnen. Das ist eine Methode. Das wird dann häufig trianguliert. Sprich, wir haben im Bestfall oder als Minimalgrenze drei Seismografen. Und dieses Dreieck, die Messung von den verschiedenen Seismografen, die werden zusammengefüllt. Und dann kann man eben lokalisieren, wo sich das Erdbeben tatsächlich ereignet hat. Nicht nur auf der Fläche im Island, sondern auch innerhalb der Erdschicht, also sprich in der Tiefe. Wie tief lag das? Und dann kommen natürlich noch Messungen über Satellitenbilder hinzu. Das heißt, es werden dann die Veränderungen der Höhe gemessen. Also man kann tatsächlich messen, wenn zum Beispiel Magma in die Magmakammer einläuft, eines Vulkans, dann hebt sich die Erde, weil sich im Grunde die Kruste dehnt. Das ist so ein bisschen, als würde ich Luft in Luftballon blasen. Der bläst sich halt auf. Und das kann man messen. Und das ist ein weiterer Anhaltspunkt. Es gibt dann im Grunde Indikatoren, wie sich die Magma bewegt, wie sich Magma verhält. Und das kann man eben tatsächlich jetzt ganz, ganz gut sehen. Der isländische Wetterservice hat ja eine sehr, sehr schöne, sehr detaillierte Webseite und wirklich Tage sagt man, Stunden aktuell. Ich glaube, die werden alle zehn Minuten oder so aktualisiert. Und da kann man die aktuelle Erdbebenentwicklung ganz gut nachverfolgen, in verschiedenster Form. Und wenn wir zum Beispiel in die Detailansicht der Rekanes-Halbinsel gehen, dann sehen wir eben, dass es sich rund um die Region zwischen Blauer Lagune und Klaverwatten bündelt oder zentriert mit einem zweiten Herd, der jetzt neu dazugekommen ist, rund um Gynikwerd. Das ist im Grunde die heiße Quelle am Leuchtturm von Rekanes, der Rekanes-Halbinsel. Und vor allem kann man dann unten drunter, hat man dann eine Tabelle, die die letzten 48 Stunden abbildet. Und da kann man nicht nur die Anzahl der Erdbeben sehen, man kann auch die Stärke ganz gut sehen. Also man sieht halt, wie hoch ist die Richterskala, die Magnitude auf der Richterskala ausgeschlagen. Und wir können eben sehen, dass gestern Morgen um zwischen 3 und 4 Uhr mal wieder ein Ausschlag auf 5,1 war, was eben tatsächlich immer ein Anzeichen für eine zunehmende Aktivität ist. Und in den letzten 24 Stunden, nicht, stimmt gar nicht, seit Mitternacht haben wir über 800 Erdbeben in der Region Rekanes aufgezeichnet. Unvorstellbar, ne? Für alle Hobby-Vulkanologen, die jetzt zuhören, gibt doch nochmal die Webseite dazu, wo man das finden kann. Das ist en.vedur.is. En für Englisch und dann ist es vedur für die vedurstova.is. Superklasse. Und wenn man das jetzt alles so berücksichtigt, also die gemessenen Werte der Seismografen, dann natürlich auch die Erfahrungswerte, der Vergleich dann ja auch zu 2010, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es zum Ausbruch kommt? Und was schätzt du als eigentlich im Herzen Isländer, jetzt so halber Isländer, was schätzt du, wann kommt es zum Ausbruch? Oder kommt es überhaupt nicht zum Ausbruch? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen. Also was jetzt gerade beobachtet werden kann, ist, dass sich in der Erdkruste Magma ansammelt, in sogenannten Deichs. Diese Deichs sind magmatische Gänge, also im Grunde Höhlengänge in der Erdkruste, die sich dann eben mit der flüssigen Magma füllen. Und man muss auch tatsächlich der Ehrlichkeit halber sagen, über 80 Prozent der Vulkanbewegungen, der Vulkanaktivitäten, findet unterhalb der Erdoberfläche statt. Das heißt, dass sich eben Magma in solchen Magmagängen sammelt, dort aushärtet. Das kann man in Ostisland ganz schön sehen, da wo die alten Vulkane erodiert sind inzwischen, weil es einfach ein sehr, sehr altes Material, also Gesteinsmaterial ist. Und da kann man ihm tatsächlich dann auch eine Schätzung abgeben, 80 Prozent in der Erde, 20 Prozent schaffen es durch die Erdoberfläche. Das ist eine relativ kleine Kennzahl. Die Vulkanologen in Island sind sich aber sicher, dass es zu einer Eruption kommen wird. Also sprich, dass die Eruption durch die Erdoberfläche durchbrechen wird, wann das passiert, das ist extrem schwer vorherzusagen. Also wir sehen verschiedene Erdbebentypen. Die kann man sehr gut unterscheiden durch verschiedene Amplituden. Und was wir zum Beispiel Anfang März, am 1., 2., 3. März rum, beobachten konnten, ist eine relativ lange Tremor-Episode. Ein Tremor ist ein konstanter Bebenschwarm. Also sprich, der hört nicht auf. Da gibt es keine einzelnen Bebenstöße, sondern es gibt eine konstante Aktivität. Und diese konstanten Tremor, die sind Indikatoren dafür, dass es losgeht. Und dann wurde plötzlich die Alarmstufe ganz rapide hochgesetzt. Und dann werden die Experten zusammengerufen vom Katastrophenschutz, vom Wetteramt, die Vulkanologen von der Universität in Island. Sondern all die werden zusammengerufen und dann wird beratschlagt, wann geht es los und so weiter und so fort. Das hat sich allerdings wieder ein bisschen beruhigt. Und dann gab es tatsächlich ein paar Tage lang gar kein Tremor. Und jetzt hat es wieder angefangen. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Und ich kann da gerne vielleicht den Sigmundson zitieren, bei dem ich ein paar Dokumentationen gedreht habe über dieses Thema. Und der sagte halt, wir sind extrem gut in der sehr langen Langzeitvorhersage, sprich so 2, 3, 4, 5000 Jahre. Und in der sehr, sehr kurzfristigen morgen oder übermorgen bricht es aus. Alles dazwischen ist so ein bisschen Blackbox für uns, weil wir einfach noch nicht genug die Zusammenhänge verstehen, wie sich Vulkansysteme bilden oder wie sich die Aktivität in Vulkansystemen bildet. Wieso läuft Magma jetzt gerade in diese Region, in die Erdkruste ein? Das ist nicht ganz klar. Es wird vermutet, dass es eben eine stärkere Aktivität der tektonischen Platten dort gibt. Also sprich, dass sich die Platten tatsächlich in den tieferen Lagen öffnen, also voneinander weg bewegen. Voneinander weg, ja. Und dadurch eben tatsächlich Platz und Raum schaffen für Magma in diesen Hohlraum reinzustoßen. Und das ist so ein bisschen wie ein Korken auf einer Sektflasche. Wenn der Korken nicht richtig fest drauf sitzt, dann ist der Druck irgendwann da drin zu groß und plötzlich fliegt der Korken durch die Gegend und der Sekt schäumt über. Und so ein bisschen vergleichbar kann man das dann eben sehen, dass eben, wenn der Druck tatsächlich der Kruste hier nicht stark genug ist, wir haben hier eine sehr, sehr dünne Kruste in Rhein-Kernis, eine sehr junge Kruste auch, dann wird es eben tatsächlich zu einer Schwalteneruption kommen. Und die Region um den Fagradalsviatl ist tatsächlich... Sag nochmal. Fagradalsviatl. Ist tatsächlich... Immer wieder ein Vergnügen. Ja, die wahrscheinlichste Ausbruchsstelle. Und das ist relativ ungefährlich im Sinne von, da gibt es eben nicht wirklich Bevölkerung. Zwischen Fagradalsviatl und Grinderwig zum Beispiel, die nächstgelegene Ortschaft, befinden sich tatsächlich ein paar Berge oder ja auch Vulkane. Kann man auch so schwer evakuieren. Richtig, aber das sorgt eben dafür, dass das eruptierte Material, also sprich die ganze Lava, Richtung Norden, Westen, Nordwesten abläuft. Und je nachdem, was für eine Menge dort ausgeworfen wird, kann sich das eben tatsächlich bis zur Küste, bis zur Fernstraße zwischen Keplerwig und Reykjavik ausbreiten. Wie wahrscheinlich das ist, das ist Spekulation. Sage mal, wie gehen denn jetzt... Also zwei Fragen, die mich noch interessieren würden, weil es ist ja sehr anschaulich gerade und gut von dir dargestellt. Ich glaube, also auch derjenige, der sich noch nie damit beschäftigt hat, hat das jetzt sehr wirklich gut verstanden. Vielen Dank schon mal dafür. Wirklich immer wieder Respekt, wie man so komplexe Sachen so toll erklären kann. Und die nächste Frage, die mich eigentlich interessiert, Frage eins, wie gehen die Isländer selbst damit um? Und Frage zwei, wie geht Henry, der aktuell nicht wie sonst auf Island sitzt, damit um? Ja, das ist natürlich fast unweigerlich miteinander verbunden. Die Isländer sind so ein bisschen zwischen gebannt und begeistert. Und der Grund ist halt tatsächlich der, dass das vermutliche Ausbruchsgebiet gletscherfrei ist. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass es eben keine explosionsartige Eruption gibt, weil häufig der Gletscher, der obendrauf ist, tatsächlich zu der phreatomagnematischen Reaktion führt. Also sprich, das Wasser kommt mit dem, das kalte Wasser mit der heißen Magma in Verbindung. Und das sorgt eben halt für eine Explosion. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte, wenn die anfangen zu tanzen, bevor sie dann verpuffen. Verpuffen, ja. Und das findet hier tatsächlich nicht statt. Also wir haben hier kein Eis, wir haben hier keine Gletscher oben drüber. Und damit haben wir was, was sich liebevoll touristische Eruption nennt. www.vulkanausbruchreisen.de Zum Beispiel, ja. Also man kann natürlich ganz entspannt ein Kleinflugzeug oder einen Hubschrauber mieten. Wir haben zum Beispiel vulcanoheli.is von unserem Schweizer Freund, der das dort in Island seit Jahren betreibt. Ganz hervorragende Möglichkeit tatsächlich, sich sowas mal aus der Vogelperspektive anzuschauen. Man kann aber eben tatsächlich auch mit dem Fahrzeug sehr, sehr dicht ran an so einer Eruption. Ob das zu empfehlen ist oder nicht, vom Gefahrstandpunkt, ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Möglichkeit, auch sowas zu erforschen, ist sehr viel besser, sehr viel größer in so einem leichter zugänglichen Gebiet, also wenn das zum Beispiel im isländischen Hochland irgendwo ist oder eben tatsächlich unterhalb eines Gletschers. Und die ultimative Nähe zu Reykjavik sorgt natürlich dafür, dass wir A, die Wissenschaftler, die alle in Reykjavik gebündelt sind, massiv vor Ort haben. Das heißt, die können sofort raus in relativ kurzer Zeit. Das ist eine halbe, dreiviertel Stunde weg von Reykjavik. Super auch für die Forschungsarbeiten. Genau. Also da wird es mit Sicherheit diverse Artikel rüber geben in sehr, sehr kurzer Zeit, weil eben tatsächlich das Forschungsgebiet sehr, sehr nah und sehr einfach zugänglich ist. Und für den im Moment fast toten Tourismus in Island, dank Covid, das lockert sich ja zum Glück jetzt ein bisschen und am Anfang Mai macht Island ja auch mit sehr, sehr großen, mutigen Schritten Island wieder auf für zumindest alle, die geimpft sind oder die einen negativen PCR-Test nachweisen können aus, also mit Einschränkungen, da gibt es verschiedene Ländereinschränkungen. Aber das kann natürlich den isländischen Tourismus ganz massiv wiederbeleben, wie es 2010 nach der Finanzkrise auch der Fall war. Also nach 2010, nach Ejafjallajökull, ging das Interesse massiv nach oben und der Tourismus ist förmlich explodiert. Also die Explosion des Vulkans hat sich dann im Tourismus wiedergespiegelt. Sind wir mal gespannt. Also ich glaube, alle Zeichen stehen auf Island. Wir müssen ja sowieso noch abwarten, was ist diesen Sommer möglich oder nicht. Aber also wenn etwas relativ wahrscheinlich ist, dann sind es Expeditionsreisen und Reisen generell nach Island. Bei den anderen Ländern müssen wir halt noch abwarten, wie sich Norwegen jetzt final entscheidet, wie sich Grönland entscheidet. Ja, da müssen wir noch warten. Aber Island scheint da ja auch wirklich sehr, sehr fortschrittlich gewesen. Also fortschrittlich mit umzugehen. Und wir wissen ja auch, du warst ja auch im letzten Jahr da in der Hochphase sozusagen für den Filmdreh und eine Produktion. Und das ist ja wirklich sehr vernünftig auch alles geregelt gewesen. Und ja, das zeigt natürlich jetzt auch das Ergebnis, dass die gut, natürlich mit einer entspannten Infrastruktur auch weniger Covid-Fälle haben, aber da ja auch sehr, sehr behutsam mit umgehen, mit dem Thema tatsächlich. Und wie gehst du damit um, Henry? Mit der Covid-Situation oder mit der Vulkansituation? Mit der Vulkansituation. Juckt es schon in den Fingern? Möchtest du eigentlich am liebsten, möchtest du, ich weiß es ja, aber für die Hörer nochmal, eigentlich möchtest du am liebsten sofort die Sachen packen und los, oder? Ich würde am liebsten mein Zelt unweit der vermutlichen Eruptionsstelle aufschlagen. Ist tatsächlich für mich eine schwierige Geschichte. nach 2010, 2014 und 2015 ist das jetzt tatsächlich so ein Ding, wir haben drauf gewartet und ich ganz persönlich habe es sehnsüchtig erwartet, weil das ist natürlich ein Vulkanausbruch, egal in welcher Form, ist immer was Spektakuläres. Man sieht tatsächlich die Art und Weise, wie sich die Erde erneuert, wie die Erde sich formt. Wir sehen hier was, was wir wirklich extrem selten sehen. Wir sehen, wie Landmasse gebildet wird. Man muss sich das mal vorstellen. 20 Prozent des gesamten Vulkanmaterials, das in den letzten 10.000 Jahren auf der Welt gefördert wurde, ist in Island gefördert worden. Dieser kleine Punkt auf der Weltkarte. Und das kann man hier tatsächlich dann ganz hautnah persönlich erleben. Logistisch natürlich ein super Geschenk auch für Dokumentarfilmer, für Filmemacher, das direkt vor den Haustür Rekawiks zu haben. Also da muss ich wirklich sagen, die einzige Sorge, die ich habe, sind die damit verbundenen Gase, die dort freigesetzt werden können. Das wird natürlich die Bevölkerung massiv beeinträchtigen. Ich hoffe, wenn der Wind richtig steht, dass es eben nicht über die Großstadtregion zieht, aber prinzipiell, ich bin super, super hippelig. Ich würde am liebsten sofort in den Flieger steigen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Vulkan auf mich wartet. Ich glaube auch. Wir haben jetzt gesehen, es gab einige Phasen, wo die Aktivität zugenommen hat und dann plötzlich hat sie wieder nachgelassen. Hat halt gesehen, ich bin immer noch nicht da. Ja, also ich glaube, wenn er auf jemanden wartet, dann definitiv auf dich, Henry, da bin ich mir relativ sicher. Und ja, wir bleiben gespannt und schauen einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Fliegt Henry noch nach Island oder nicht? Und wartet der Vulkan auf Henry oder nicht? Wir sind einfach mal gespannt. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir, Henry, für die tolle Erläuterung und ich glaube, niemand hätte es besser erklären können als du und vor allem auch bildlich so schön darstellen können. Ach, und diese pragmatischen Beispiele, man hat direkt alles vor Augen gehabt. Toll, wirklich großartig. Wieder vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wir haben auch noch neue, andere spannende Themen, die wir auch noch mal in Ruhe besprechen müssen für die nächsten Podcast-Folgen. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben und freue mich, wenn die Hörer auch beim nächsten Mal einschalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Folge vielleicht auch schon wieder mit Henry ist. Das besprechen wir noch mal in Ruhe. In diesem Sinne machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Henry. Tschüss, Christine. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, was sie mit ihnen kann sie lieber nicht beschleven bei den